So Leute, was geht damit? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Survival Games Video. Ich nehme das mal wieder vor dem Stream auf, komplett online gespielt. Einfach so mit guter Laune, meine Freunde. Und ja, heute gibt es mal wieder gar kein Thema, weil ich euch das einfach noch nicht verraten kann, was ich bald geplant habe. Über die letzten zwei Jahre habe ich meine eigene Beauty-Marke entwickelt. Heute Abend mal wieder einen Livestream, beziehungsweise wenn das jetzt online ist, wahrscheinlich so in einer Stunde. Ja, obwohl ich gerade nicht gut eingespielt bin, habe ich gerade irgendwie Bock, SG zu spielen, weil es bei mir im Moment nicht laggt und dann macht es auch richtig Bock. Obwohl mein Internet immer sehr gut ist, aber Unity Media hat die Leute halt die Dings, 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 Dings. Genau, die Probleme gefixt. So was wie diesen Spam werde ich das nächste Mal einfach blockieren, sonst muss ich leider die Marlon Dream. Nimmt nichts gegen dich persönlich, das machen noch viele andere, aber hört einfach bitte auf damit, weil ich will halt einfach diese Privatnachricht noch anhaben, um halt die Nähe zu den Zuschauern noch beizubehalten. Aber es ist halt einfach nicht möglich, wenn ich so ein Spam bekomme, weil es einfach dann richtig nervt. Ah ne, er legt neu. Okay. Außerdem wollte ich mich doch mal bedanken für die letzte Aktivität und auf euren Videos. Freut mich auf jeden Fall mega. Und wenn ich ein neues Objektiv habe, werde ich auch regelmäßig vielleicht vlogs mal bringen. Also ganz Zukunft schauen, weil dafür muss ich noch lange sparen. Außer mir passiert wieder was, was ich leider noch nicht so. Also meine eigene Beauty... Leute, seid gespannt auf die nächsten Tage. Es wird irgendwann... Also ich werde euch ziemlich viel darüber erzählen und das wird ziemlich witzig für euch und vielleicht auch ein bisschen peinlich. Aber hoffentlich seid ihr heute dabei. Ich würde mich echt freuen, wenn wir wieder so um die 70 Zuschauer bekommen. Letztens mal so was wie 100 Zuschauer, kann ich nicht erwarten. Aber das wäre... Das wäre natürlich richtig krass. Aber, ähm... Ja, also das hat echt letztes Mal so Bock gemacht, der Stream, ne? Und ich versuche immer jetzt so am Wochenende zu streamen. Woo! Okay. Leute, das war es von dem ganz kleinen Video. Es waren nur drei Minuten. Ähm... Ne, vier Minuten knapp. Aber, ähm... Wenn das gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ich weiß sowieso nicht mehr, was ich jetzt hier sagen soll. und haut da rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao!